verehrte herrschaften und frauschaften auf padauzikus ich bin der nico und ich bin nicht alleine die marie ist auch da hallo hallo marie und es ist soweit nach nach 18 jahren verzweifelter warterei kommt nun endlich shenmoo 3 und wir sehen landy und ren und shenfa und ryo und den die unten mit den riesen mappen candy noch nicht und das ist das design das sieht natürlich sehr hübsch aus also finde ich finde ich besser als zum beispiel star wars design dass das war ja leider potten hässlich und ja das ist ein bisschen hier anderes geklacke aber sonst passiert hier tatsächlich nicht so viel im design aber ist mir auch alles geil die spielen so ist auf jeden fall sehr hübsch nein addon wird installiert aber wir haben das doch gerade gecheckt und hat er gesagt nein es ist alles völlig installiert von wegen ja aber guck mal jetzt rios fly jacket auch keine andere jacke burning sandstorm in diesem spiel kommen lichtblitze und muster vor in seltenen fällen können die ereignisse dieses spiels sind fiktiv alle beeinstimmungen wo das du gerade geskippt ja ist nett ist voll süß das logo ist nett oh mein gott kommt eine intro sequenz da ich nichts drücke ping ping ming da stand bestimmt nulle suppe from a distant land in the east from across the sea he shall appear he does not know of the strength hidden within him the strength that would destroy him the strength that would fulfill his wishes when he is ready he shall seek me out and we shall brave together the rocky path i shall wait this encounter has been my destiny since ancient times a dragon shall emerge from the earth and dark clouds shall obscure the heavens a phoenix shall descend from above its wings will create a purple wind in the midst of the pitch black night a morning star shall glisten alone das ist so ramunchig das ist voll schön vor allem einfach dass sie noch mal grilling gezeigt haben und das finale von chenwu 2 was du zwar nicht gesehen hast aber so so sah das aus das ist da passiert also das mit der höhle und den fackeln die die andere gemacht haben fehlt dir nur noch dass er das schwert da der sieben sterne oder wie das hieß rauspimmelt ja also wie gesagt ich finde es sieht sehr hübsch aus ich bin immer noch kein fan von rios design aber das ist das ist für mich total verschmerzbar finde ich auch aber guck mal es gibt sogar eine zusammenfassung siehst den ja meistens eh von hinten das passt schon ja kuchka 1986 rio hazuki's fate is abruptly and irrevocably changed Wenn ihr Vater, Ewao, wurde von einem mysteriösen Mann genannt, Lan B. Der Mann, jung und inexperienced, ist kein Spiel für ihn. Lan B. nimmt den Drakon-Mirror, lange hidden und guardiert in der Dojo. Mit seiner Gelegenheit, Ewao, ein letzte Stück von Wiedem zu seinem Sohn. Gelegenheit, Ewao, ein neues Leben. Gelegenheit, Ewao, ein neues Leben. Nichts, dass du nicht wirklich gut an das Wort erinnern hast, Ryo, verlassen die Dojo hinter und schreien die Revenge gegen Lan D. Ryo, schreien die Begräufe an den Begräufe des Hauses von seinem Vater. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 The waves lapping against his home shore tell Ryo he must now leave Japan to continue his quest. Having chosen a difficult path, Ryo Hazuki remains undeterred as his fate calls to him. He arrives in Hong Kong. But in this unfamiliar land, who can he possibly trust? When his money is stolen and he is left destitute, he turns to the kindness of a young woman named Joy. He finds himself wandering the streets of Wan Chai to arrive at Man Mo Temple. There he meets Xie Ying Hong, who claims to know something as to Lan Di's whereabouts. Sensing Ngo, a thirst for bloody revenge, however, she refuses to talk. Instead, she attempts to dampen the flames of his rage through instruction. But her efforts prove in vain when Ryo meets with a man named Ren Wu Ying. Learning of the Phoenix Mirror, Ren's mind turns toward the riches that could be theirs. Ren reveals that Zhu Ren Da has sequestered himself within the Kowloon-walled city. But what waits for them in Kowloon is Don Yeo and the Yellowheads, a gang of brutal fighters in service to Lan Di. Ryo overpowers Don Yeo, but Lan Di just manages to escape. Ryo learns that he has made for Guilin. Parting from the warm company he found in Hong Kong, Ryo continues the pursuit alone. In the backcountry of Guilin, Ryo encounters a young lady named Shen Hua. This twist of fate will change everything for him, and for her as well. What ancient mystery is locked away by the dragon and phoenix mirrors? What of Lan Di, whose hands are stained with the blood of Ryo's father? The island of Nathanae 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 Ach, das war doch schön. Also ich hoffe, dann sind alle, die Teil 1 und 2 bei mir nicht geguckt haben, im Bilde, was in Teil 1 und 2 passiert ist, Natürlich haben die beiden Spiele noch viel, viel mehr zu bieten. Und wenn euch das wirklich interessiert, dann guckt euch das nochmal an. Beide Spiele habe ich hier komplett durchgesuchtet. Und ich bin stolz, deswegen zeige ich das. Ja, ich bin stolz. Wo sieht man das? 100 Prozent, ja? In Shenmue 1. Und 100 Prozent in Shenmue 2, ja? Angeber. Ich mache das ja nicht so häufig, aber da hat mich das glücklich gemacht. Also, Einstellung, mal gucken. Was kann man hier einstellen? Stimme, Englisch, ja, finde ich eigentlich gut, weil ich bin die Stimmen gewohnt. Ich lasse das mal so, aber vielleicht müssen wir die Sprache nachher lauter machen. Das ist bei vielen Spielen so. Aber ich lasse das erstmal so. Neues Spiel. Ach du Scheiße. Schwierigkeitsgrade. Herausforderungsmodus. Ja, wir machen den empfohlenen Modus, oder? Willst du keine Herausforderung? Oh. Der sagt du jetzt. Also, du bist ja schon gut, ne? Also, man kann aber auch jederzeit wechseln, steht da. Dann machen wir Herausforderungsmodus. Das soll ja nicht so einfach werden. Also, oh, guck mal, selbst die Fond ist die gleiche. Der genie, mein Fond ist fertig. Der Föne, die uns in der Welt entzündet wurde, ist nun der Kommen. Der Kommen des Dästen ist gekommen. Geht mit demjenigen, die die Fenieckchen hält, Shenoa, und findest du den Beweis. Geht euch auf die Licht, und gehen zusammen. Ich werde dir das Familiengeber, das Zord von 7 Sternen geben. Denken, das Zord ist ein Teil von mir, und es bleibt mit dir. Ich werde dir immer über dich schauen. Was ist das? Ryo. Right. Was ist das? 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 Das sieht voll episch aus Richtig monumental sieht das aus Mhm Oh ist das hübsch Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Das hat das nicht Eine Art, das hat keine nicht lügen, aber es sind circa 18 Jahre und es hört sich halt genau gleich an. Natürlich jetzt insgesamt bessere Aufnahmequalität und so weiter. Aber Shenfa und Ryo gehen, wandern wieder zusammen wie die letzten zwei Stunden von Teil 2, unterhalten sich auf ähnliche Art und Weise, betonen die Wörter ähnlich, haben wahrscheinlich beide die gleichen Sprecher. Zumindest ist Ryo der gleiche, bei ihr bin ich mir nicht sicher. Und wir sind in Bailu Village bei, wie gesagt, du hast ja nicht gespielt, aber im letzten Part des zweiten Teils wanderst du halt sehr, sehr viel. Ich mochte das, ich fand die Unterhaltung da sehr schön und da hat sie dir halt ganz viel von Bailu Village erzählt, aber du hast es halt nie gesehen. Und jetzt irgendwie so viele Jahre später dann zu sehen, wie es wirklich aussieht, was sie dir vor so ewiger Zeit beschrieben hat. Ist das nicht wunderschön? Ich glaube, Nico weint gerade ein bisschen. Lass mich. So, wir haben brennender Sandsturm. Oh, jetzt weine ich wirklich gleich. Sei auch. Ja, ich lese das jetzt nicht vor. Du hast die obigen Gegenstände erhalten. Cool. Oh, guck mal. Ist voll Zentimeter. Ich bin Zentimeter. Herr Juan hinterließ eine Notiz und verstand Herrn Juan suchen. Geh mit Shen zum Dorfplatz von Bailu. Oh, wie toll. Guck mal, das ist noch... Oh. Ach so, richtig mit... Oh, ich habe Telefonnummern. Wie cool. Guck mal, da war auch Joy, die kannst du noch anrufen. Ja, stimmt. Oh yeah. Ist ja voll cool gemacht, ey. Und hier zeichnet er dann mal Karten. Das finde ich, das gefällt mir. Das ist voll toll. Und auch, guck mal, ich öffne das Buch und es ist genau der gleiche Soundtrack bei Teil 1 und 2. Und da sind kleine Würfel in der Ecke gewesen, hast du sie gesehen. Help. Charaktersteuerung. Zoom. Laufen. Inventar. Mit R1, echt? Was? War es früher aus? Nee, ich glaube nicht. L3. Bei mehreren Sprechern zwischen Charakterwechseln. Aha. Wenn du mit gelber Gesundheit rennst, sinkst du dich schnell und du kannst nicht mehr rennen. Isst etwas, um dich zu holen. Ach ja, ich habe gelesen, dass Essen jetzt ein Feature sein soll. Mhm. So, und die angezeigte Tastenbelegung ist die Standard-Tastenbelegung. Und dann ändern wir die einfach nicht. Du verlierst Gesundheit durch Schaden im Kampf. Sie sinkt auch mit der Zeit. Ist ja eigentlich gar nicht so unrealistisch. Oh mein Gott, ey. Oh, ist das hübsch. Und dann immer diese Meckermenschen, die sagen, die Grafik riecht gar nicht so toll. Es ist auch, es gibt so eine Mischung zwischen Grafik und Design. Ey, nerv mich nicht mit God of War und GTA, Playstation. Nimm das weg. So, danke. Wir wollen das hier genießen, ja. Ehrlich. Mann, Mann, Mann. Oh, Mann. Oh. Oh. Wäre ich jetzt alleine, hätte ich, glaube ich, geweint. Niko ist sehr emotional gerade. Es ist so schön. Ja. Die Grafik ist nicht hübsch genug. Ich habe so lange darauf gewartet. Oh, es ist so hübsch. Das sieht voll toll aus. Die Grafik ist super. Ja. Ich will das gar nicht besser. Ich will ja das Shenmue-Feeling haben. Ja, der müsste schlechter sein. Xinhua, wer ist das? Das ist Lil. Er hat mich von der Römer in der Römer. Gerne geschehen. Ein männliches Kopfnicken. Ja, mehr braucht man auch nicht. Das bedeutet, er wurde akzeptiert. Hat etwas passiert? Ein Grupp von Thugs hat hier zwei Tage vorgezogen. Oh, nein. Wirklich? Ja. Das, was wir nicht normalerweise hier sehen. Lass uns weitergehen. Da hat Römer direkt seine Fäuste nachgeladen. Hey, Xinhua. What's the matter? Does the village usually have gatekeepers? No. There's no need for them. Bailu is a very peaceful place. Are you sure about that? Because they said some thugs came by. Yes, but it sounds like they're not from around here. Still, that's worrying. Even for you? Yeah. I admit I'm a little unsettled myself. The village feels different somehow. I can imagine. Let's ask around for some clues. Let's go. That was a pretty old bridge. village. That's the verded bridge. That's what it's called. Yes. It's been in Bailu for a while. Is that the village up ahead? Yes. Everyone lives up ahead. We can ask around. Someone's bound to know something. Let's not waste another second. that's what it's called. Rios Mund. Mr. Come, eine Kapsel noch. Oh. Er macht auf jeden Fall immer noch die gleichen tollen Kommentare. Oh man. Aber darf ich meinen Speicherstand eigentlich nicht importieren? Ich weiß nicht. Anscheinend nicht, ne? Oh. Oh man. Ist das eine Kuh? Hi. War es nicht Red Dead Redemption 2, wo sie sogar das Gemächt noch mit animiert haben? Ja, bei den Pferden. Ja. Da habe ich dich Mühe gegeben. Wenn das kalt wird, dann wird das alles ganz klein. Du musst dir das halt vorstellen, wie dann irgendein 3D-Model-Artist Tage damit verbracht hat, die Hoden schön rund zu machen. Womit verdienst du so dein Geld? Oh, guck mal, da oben. Oh, ist aber sehr sportiv. Oh, das sieht auch so aus. Deadfield. Oh, ist so dick. Aber der hat's drauf. Ein dicker Kung-Fu-Krieger. Oh, guck mal, das sind wieder Kapseln zum Kaufen. Und da war schon der erste alte Opi, von dem du Tricks lernen kannst. Ja. Ich bin sicher. Wir werden mehr über deinen Vater finden. Danke. Du investigierst hier, Leo. Ich versuche ein anderes Settlement. Zeit für Kapseln. Es ist Würfel. Ein kleiner Gabelstabler. Ein Stabelgabler. guck mal, wie krass diese Kinder sind. So, jetzt wird erst mal gelabert. Ich weiß nicht, mit dem Kind reden. All I care about is Martial Arts. Okay, dann. Das ist so ein Gohan. Oh, er ist so dick. Hi there. Aha, come to apprentice under me, hab ich? Der ist irgendwie süß. Sie das, ein Knuddelbeer. Fear not, for I am the great Suza's young. I can forge a formidable master out of the most hopeless of pupils. You stand before a Chun-Tai-Chi, master. Ähm, yeah, I'm good. I am. Have you seen Mr. Rand? Do I look like I know anything about that? Right. Come by any time, if you've got any burning questions about the great Chun-Tai-Chi. Will do. Abgeblockt hat. Also auf jeden Fall ist Ryo immer noch so richtig desinteressiert wie früher. Äh, ja. Okay. Ich bin der größte Meister der Geschichte. Mhm. Willst du mir nicht mehr erzählen? Kannst du Fotos machen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann einfach noch ranzoomen. Ja, ja, die Dorfbewohner der Frage. Ich dachte, ich kann irgendwie mit dem Talken. Das hätte ich ja gerne gemacht. Kannst du springen? Nee, warum soll man entspringen? Kannst du da hoch? Da hinten ist aber ein Dude. Guck mal, wenn ich hier rumgehe. Da. Hallo Typ. Entschuldigung. Hey da, Lade. Wie geht es um ein Spiel? Auf Lucky Hit? Eine kurze Google-Suche später habe ich herausgefunden, dass man seinen Speicherstand von Shambo 1 und 2 nicht hierher portieren kann. Leute. Entschuldigung. Ich habe kein Geld, ist das das Problem? Ich glaube, ja. Oh Mann, ich hatte so viel Geld, aber die haben halt ihre eigene Währung, so wie es aussieht. Wo kommt dieser Fußball her und der der Wecker? Hä? Üßnet. Okay, ne, gehe ich mal weiter. Die Karte unten ist auch sehr schön, wo ich die Gant fixieren würde. Wollen Sie versuchen, ein Spiel mit einem Lucky Hit? Du musst doch vorhin über Schnurrbärte unterhalten, ne? Der gehört zu der Creepy-Sort. Ja. Das ist der 60er Jahre Serienmörder, Bart. So wie wir dieser eine Folge von Walking Dead, wo einfach random dieser Typ da war und aussah wie ein 60er-Jahre-Serienmörder. Ja, stimmt. Ey, Kind, ne? Du bist am Weg. Was tut es da? Was macht er da? Er macht den Ip-Mann. Was willst du? Was willst du? Ich schaue jemanden namens Yuan. Nein, ich habe es nicht. Nicht, seit ich ihn zu diesem Haus gehen. Aber das war ein paar Jahre. Ja, ja, komm mal. Das ist, das ist, doch ein Tipp. Er hat ihn doch gesehen. Ja. Also, nö, habe ich nicht. Das ist hier echt eine Telefonzelle. Boah, hier kannst du zu Superman werden. Boah, danke fürs Eröffnen. Ey, 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 ey. Geile Haare. Geh da mal rein. Klapp, klapp. Ach, ich darf da nicht rein. Hallo? Es sieht, wie keiner ist Hause. Das ist richtig angepisst. Was ist du denn? Do you have a moment? Huh? What is it? There's something I want to ask. Huh? What is it? Don't get all cozy with me. Sorry to bother you. What is it? What is going on with me? I will not be able to That's überhaupt not my type. So. Also, ich bin auf jeden Fall wie früher und lauf über die Gegend. Das ist ja schon mal cool. Oh, ich bin da. Hey there. Yeah? That looks great. Yep. Shenhua tells me that, too. You know Shenhua? She's my friend. Is she your friend, too? Yeah, she is. Say, do you know Mr. Yuen? No. He's a stone mason. A stone mason? Just like my daddy? Your dad is a stone mason as well? Yep. Vielleicht is Juan your father. Oh my God. Deswegen kam sie wahrscheinlich aus dem Haus aus. He does. Hmm. Okay. Thanks. Mm-hmm. No problem. She doesn't know how she's called. how her father is. Maybe you know Don. Don Juan? Don Juan. Okay, also 17 Uhr ist die Party. Guck mal, das Symbol. Woo! Party! Siehst du das? Hui! So, Sprungsystem. Beweg dich zum Zielort und zur Zielzeit. Ei, 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 ei. Kein ewiges Warten mehr. Das, äh, kann ich mir zum Haus von Lin. Ja, wollen wir es machen oder wollen wir uns mal umgucken? Ich weiß nicht, war da noch was zum? Ja, wir gucken uns nochmal um. lass mal gucken. Ne, man muss ja, man muss ja nicht hier durchhetzen. Die 18 Jahre gewartet, jetzt kann ich ja auch. Vor allem sieht das echt toll aus. Ja. Da geht es nicht weiter. Da ist ein Feuerlöscher. Oh, falsche Taste. Es geht wieder los, wie beim Normalen-Shin-Mu. Dass ich die falschen Tasten drücke. Ist jemand da? Ich glaube, niemand ist home. Ja, guck mal, das ist der Typ von eben. Da, mit Obje habe ich noch nicht geredet. Mit Yanming. Ich habe nur eine Frage. Hast du gesehen, Herr Yuan? Woher kamst du, junge Mann? Was? Es gibt immer etwas Interessantes aus dem Lijiang-River. Ich frage mich, was nächste Mal kommt. Ich spreche den Rätsel. Oh, wir können doch gar keine Kapseln kaufen. Und kein Geld haben. Okay. Das Gespräch geht auch nicht weiter. Ja, wir haben halt kein Geld, ne? Jetzt kann ich mir gar keine Kapseln gönnen. Gucken, wie enttäuscht er gleich ist. Ich habe doch Kohle. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht da, ich werde anders. 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 Ach so, oh, ich hätte gleich, ich werde auch noch richtiger. Oh mein Gott, der Gabelstabler. Benutzen. Oh ja. Boah, doch keine Angelköder, weißt du. Ich gebe mir das. Oh, es ist ein Gülsengchen. Anwalt Kun. Der war voll cool. Ich hoffe, sein Bein geht es wieder gut. Ja. Gab es einen Gutschein. Mr. Gollum. Chai. This is cool. Wie viel hat er denn davon? Ich gebe gerade kein Geld aus, ne? Ne. Nozomi. Wie süß. Die ist jetzt in Kanada. Oh, Ini-san. Die war so lieb. Wie sie mir immer Geld hingelegt hat. Ja, jeden, jeden, jeden Morgen hat sie einfach immer das Taschengeld hingelegt. Das war so lieb. Oh nein, geh weg. Die kann man später wahrscheinlich eh verkaufen wieder. Stimmt. Aber ich finde den Gabelstabler rührst du. Ja, der ist super. Schon wieder Nozomi. Nozomi. Harasaki. Aber das ist echt süß. Ja, das wird knuffig. Nochmal Nozomi. Wie viel Nozomi hältst du aus? Wie viele habe ich von denen? Ich baller das jetzt durch. Mega. Tschüss. Ini-san. Nein, nein, nein. Ich mache das Ding jetzt alle, bis ich die alle habe. Da fehlt noch Rennen. Und Landy. Oh, es ist wieder Chain. Ich meine, oh, es ist wieder Chain. Das ist richtig. Ich habe ein Kapsule-Ticket. Let's give it a try. Er tryt das immer so oft. Das gibt's doch nicht. Stell dir mal vor, die würden das hier so... Dass du mit echt Geld Kapseln kaufen kannst. Du wärst an. Dann wäre Chain Move 4 direkt finanziert. Durch mich. Hast du das Gefühl, wir kommen hier nicht weiter, oder? Drei noch. Drei noch. I guess I could use a Kapsule-Ticket. Ist wieder Ini-san. Wie selten ist der denn? Ich kriege nur noch Ini-san. Aber wenn die dir alle morgens Geld hinlegen, bist du reich. Alter, nee. Nee, jetzt kaufe ich so viele, bis ich keinen Ini-san mehr kriege. Langsam fühle ich mich verarscht. Jetzt kommt Rio. Okay, okay, das war's jetzt. War ein Versuch wert. Ja. Ein noch. Das ist wie so eine Sucht. Ein noch. Das ist jetzt der letzte. Okay. Halt mich zurück. Ein noch. Das ist wie wenn man eine Tafel Schokolade hat. Ein noch. Ah, nee, dann nicht mehr. Okay, und jetzt ist die alle. Ah, nee, das war's, das war's. Es ist vorbei. Das ist interessant. Abbrechen. Ach, schade. Ich habe mal so einen Kapselgutschein und der geht anscheinend ständig. Dabei ist der so super. Wer singt denn hier so toll? Der Oppi. Echt? Mann, da schnippelt einer im Hintergrund. Nee, ist nicht der Oppi, oder? Nee, es kommt von links. Das ist eine weibliche Stimme. Aber ich dachte, das ist ein Oppi irgendwo. Dachte ich auch. Das ist seltsam. Er geht einfach. Sie denkt bestimmt, sie macht gerade Teig. Er schreibt sich auch alles auf, oder? Er führt Protokoll. Du musst mir dann bei der Uhrzeit Bescheid sagen, wenn ich verkacke. Aber ja, das ist jetzt halt sie mit der Mucke hier. Er kommt ja erst um sieben oder so. Ja, kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken, ne? Ein paar Kapseln kaufen. Was meinst du? Soll ich? Ich weiß nicht, ob er da wird. Immer da wachsen überall Kürbisse. Pandamarkt? Ich geh mal hier lang. Ich möchte bitte kleine süße Pandas kaufen. Ah, ich komm hier nicht weiter. Ach man. Schade, schade, schade. No, ich darf ja gar nichts. Haben wir nicht schon mit einem gesprochen? Ich hab das Gefühl, ja. Schade, schade. Nee, doch nicht. Ja, jetzt hab ich alle durch. Das ist schön, dass man direkt wirklich zum Ziel und zur Zeit springen kann. Das macht's super angenehmer. Linzhaus. Wie Stunden du mit Warten verbracht hast. Alle. Aber es waren schöne Stunden. Entschuldigung. Wer ist da? Kann ich dich mit dir ein Moment sprechen? Was ist es? Oh, hi, Herr. Kennst du diesen Mann? Er ist mein Freund, Vater. Well, get to it. Ich habe nicht gesehen, Yuen. Ich habe nicht gesehen, Yuen. Wenn du etwas wissen, ich... Huh? Was ist passiert? Einige Thugs, die ich noch nie gesehen habe, kam und verraten mein Platz. Thugs, huh? Warum würde ich das tun? Das ist mir. Sie fragten, ob ich ein Stonemason war. Also, ich sagte, ja. Und sie einfach so. Und sie sind verrückt. Warum Stonemasons? Sie waren definitiv etwas zu suchen. Was sahen sie? Was sahen sie? Sie waren nicht von hierher. Das ist sicher. Es gab zwei. Eine hat eine Haare mit einem Tattoo auf dem. Keine sagen. Sie waren zu Yuen's, auch? Ich weiß nicht. Yuen war in der Quarrii, als er ausgesprungen hat. Sie sind verrückt. Die Thugs vielleicht hat etwas zu tun, mit dem, auch. Vielleicht. Ich werde sicher sagen, bei Xinhua. Tschüssi! Es ist so schmerz geworden. Vielleicht sollte ich zurück zu Shenhuas Haus gehen. Ja, aber... Wenn du mit gelber Gesundheit rennst, sinkt sie schnell und du kannst nicht mehr rennen. Iss etwas um dich, zu erholen. Oh, was habe ich denn... Geiler Knoblauch. Ein Apfel. Oh mein Gott, ja. Geile Pekingente. Ich glaube, ich bin gesättigt. Ja, sehr schön. Das ging doch. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich in dieses Menü gekommen bin. Also ich weiß generell nicht, wie ich ins Menü komme. R1. Okay. So, dann können wir nochmal checken. Wichtige Gegenstände. Den Schwertgriff. Oh, kennen wir ja noch. Ach, guck mal einer. Weil du hast noch so fancy Jacken und sowas da unten. Oh. Oh, ist das romantisch. Schön, dass sie die Originalaufnahmen genommen haben. Ja, voll cool. Oh. Oh. Und seine Bitches. Oh, man hat immer den gleichen Blick. Ich bin mal angepisst. Kampfkunstkleidung. Kann ich die irgendwie anziehen, oder? Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Das ist die Frage, weil einfach nur ein Inventar haben, bringt ja jetzt auch nichts, ne? Aber wer weiß. Vielleicht geht es noch irgendwo. Oh, guck mal. Ich habe ihn. Viermal. Warum taucht der nur viermal hier auf? Kräutersets. Das ist auch neu. Kapselsets. Guck mal. Kann man ganze Sets sammeln. Nice. Feuerlöscher. Wirklich? Ach, da sind wir. Das ist wirklich. Den gibt es wohl nur einmal. Und der fehlt mir. Mann, wir haben schon sechsmal Innocent. Ach, scheiße. Die Wand an. Ich will das. Ah, Tauschgegenstände. Anleitungen. Ah, ist aber auch schön. Guck mal, wie sie das gemacht haben mit Viereck. Aber die Steuerung ist komplett anders jetzt. Okay. Dreieck. Kreis. Kreis. Wandern. Wo ist der Unterschied? Ob ich Kreis oder Kreis drücke? Ja, wahrscheinlich musst du hochlenken und so. Aber Richtungsangaben stehen hier gar nicht mehr. Mit L2. Oh, was? X, X, Viereck, Viereck. Okay, also das Kampfsystem scheint schon mal ganz anders zu sein. Und man kann Fähigkeiten R2 zuweisen. Hm. Ist eigentlich ganz cool. Okay. Na, kümmere ich mich später mal. Da, Kleidung wechseln. Warte, wo stand das? Da. Ach, erzähl. Guck mal. Guck mal. Ist ja cool. Na, wollen wir die Kleidung wechseln? Mal gucken, was es so gibt. Oh Gott. Oh, ist das hässlich. Der hat das nicht cool. Aber hat so eine fancy Lederjacke. Ach, ich drücke hier mal den falschen Button. So. Kommt bestimmt noch mehr dazu. Aber wer weiß, wer weiß. Wir müssen mal gucken. Gib ihm helfen. Das sieht komisch aus. Naja, ich lauf erstmal so rum. Warum? Weil ich kann. Ist das eine rothaarige Frau mit einer Cola-Dose auf dem Flugzeug? Weil wie er sich freut. Hi there. Are you from Japan by chance? Ja. Yes. Japan may be a small island country, but I've heard that it has steep mountains with great streams. Yeah, you're not wrong. Huh? You don't fish them? Not really my thing. I don't have time to waste with someone who doesn't even know. Woah. Eieieieiei. Regt der Angler Hass. Was ist los mit ihm? Der würde sich gut mit Doktors verstehen. Und mit dir. I'm sorry dear, but could you save that for later? This is no place for idle chit chat. Huh? Was passiert irgendwas? Ich hab nichts gemacht. Die Ziege. Ich hab nichts gemerkt. Oh. Ich hab nichts gehört. Ich hab nichts mit ihm erwiselt. Nicht mit deinem Vater. Ich sehe, wie die Fernseher der Joe haben, in die Stadt der Joe zu stolen. Das ist ein Abagnusgetausch. Joe, du das noch nie? Mach auf Lings? Sie haben dann mein Vater. Ich werde dann auch mein Vater. Wir sollten doch nicht zu Schlussieren. Ich gehe mit dir morgen. Was? Ich kann nicht stoppen, zu denken, über diese Thugs. Ich will mehr wissen. Okay, dann. Wir gehen zusammen. Gut. Ich freue mich auf die ersten Glücksspiele, die dann kommen. Oh ja. Oh, es ist so, die haben jetzt auf einer Seite so viel Text. So, also, Frage, die auch für Wunder nachdenken. Das habe ich. Also jetzt mit Shen Nuan müssen wir uns durchfragen. Aber Ratzen muss ich wahrscheinlich auch nachdenken. Ach komm, das stellt ihn doch sonst auch nicht. Guck mal, sie macht was zu essen. Ich sehe das schon. Er ist ja sehr hungrig in dem Teil. Ich habe mich über die Thugs, die zu Lings Haus gegangen sind. Und? Ich glaube nicht, es war eine Coincidence. Ich bin mit dir. Sie müssen einen Grund haben. Gut, dann suche ich mir jetzt ein Bett. Das sieht doch bettig aus, oder? Ja. Ja, schlafen. Seine Jacke in die Ecke schmeißen. Findest du die Jacke gut, oder willst du die andere wieder? Ich weiß nicht. Wie ist deine Meinung? Beide okay. Aufstehen. Aufstehen. So, dann gehen wir jetzt mal auf Schlägersuche mit Shen Nuan. Wo ist sie denn? Immer noch am Kochen, ja. Die ganze Nacht durch. Guten Morgen, Leon. Guten Morgen. Geht's doch. Ja. Ja? Es ist Zeit, um unseren Weg zu der Stadt zu machen. Got it. Wir können mehr auf der Weg sprechen. Ja, wahrscheinlich muss ich einfach rausgehen und dann geht's los. Es ist halt auch einfach genau das gleiche Haus wie damals. Dann müsste es hier rausgehen. Ah. Die Kirschblüten. Mhm, das sind ganz besondere Kirschblüten. Das ist so japanisch. Ja. Das ist so hübsch. Wir gehen wieder auf Andascha. Es geht wieder los, Teil 2 reloaded. Nur halt, äh, viel, viel hübscher. Guck dir das doch mal an. Sogar ihre Fußtapsen sind meine auch im Boden. Die Kirschblüten ist ziemlich weit von der Kirschblüten. Oh, ja, ich glaube, du bist richtig. Ist da ein Grund für das? Der Kirschblüten könnte sein. Entschuldigung? Der Kirschblüten ist eine besondere Kirschblüten, die ich selbst nicht kann, um in die Kirschblüten. Ah. Also, deine Hausse ist da, um es zu schützen. Ja, ich glaube so. Der Vater hat mir nichts über die Kirschblüten. Ich verstehe. Do you know what the dragon and phoenix in the Poirier were for? Nein, ich weiß nicht. Aber dein Vater sie schraubt, richtig? Ja, er muss haben. Er war nicht alleine, aber. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Sie müssen sie über die Generationen haben. Sie müssen sie über die Kirschblüten haben. Also, du denkst, dein Vater hat auch gearbeitet? Ja, vielleicht sogar weiter zurück als das. Du hast... ...hört eine Geschichte über sie? Nein, eine. Ich bin nur ein einzig. Mein Vater sagte immer, dass er mir sagen würde, als ich älter bin. Dann... Wie wissen Sie, dass es so viel Geschichte hat? Na gut, jeder in der Kirche hat eine Geschichte. Die Kirchner? Ja. Generations von Stonemasons, Künstler und Farmer haben alle hier gelebt. Das Gleiche geht für die Kattel-Wrangler. Sie sind hier seit Jahren. Oh ja? Das ist nur so, wie hier Dinge funktionieren. Oh. Ist so schnell. Es sieht so toll aus. Ich kann mich die ganze Zeit drüber freuen. Ja, ich mag halt auch so generell dieses Feeling, die Musik, die Optik, die Gespräche. Ich find das schön. Ich auch. Ich mag das. Oh, bei ihm kann ich was lernen. Oh ja. Ist das ein dojo? Oh ja. Das ist richtig. Das ist Marshall Hall. Es ist hier seit Jahren. Marshall Hall? Oh ja. Oh ja. Ja. Oh 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 ja. Das heißt dann so verkleidi am? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Im Gegensatz. Oh ja. Wow, wow, wow. Also das Kampfsystem ist komplett anders. Das wäre cool. Das machen wir. Oh ja. Ich werde sowas von jeden Tag meinen Kung-Fu trainieren. Shen-Wah, kannst du mal warten? Ach, verdammt. Er ist ein Knob. Mein Kung-Fu ist noch nicht gut genug. Ja, also bis jetzt war es noch ziemlich random, welche Tasten ich gedrückt habe und was da für eine Skill rauskam. Weil es halt wirklich komplett nicht mehr das Gameplay hat von Shenmue 1 und 2, was nichts Schlechtes sein muss. Aber es benötigt natürlich ein bisschen Zeit, bis ich dann reinkomme. Boah, ey, die scheiß Blumen, guck doch mal. Die Farben. Richtig toll. Ist denn das so hübsch? Wer ist das? Über die Brücke? Oh, es gehört an Uncle Tao. Uncle Tao, oder? Ja, die Leute können alles, was sie brauchen, von seinen Shoppen. Ich verstehe. Ich verstehe. Leo? Hast du etwas zu essen, was du essen hast? Warum hast du gefragt? Na, du kannst nicht auf einen leeren Stammack gehen. Das ist ein sehr guter Punkt. Be sicher, dass du ein bisschen was auf dem Handeln wirst, wenn du später hübschst. Ein paar Ort in der Stadt verkaufen, auch. Danke. Ja, ein bisschen was habe ich ja zum Glück noch. Darf ich durch? Darf durch. Bim, bim, bim. Es gab ja immer die Funktion noch bei den vorherigen Teilen, dass ich automatisch folgen kann. Sieht jetzt nicht so aus, dass die hier drin ist. Schade. Guck mal, da siehst du, wie viele da rumgetorkelt sind. Auf dem Boden. Diese Details. Im Matsch. Ja, guck mal, die hat wirklich hier hinterlässt. Ich auch. Ich hinterlasse auch Spuren. Man sieht immer sofort, was flückebar ist. Ne? Es ist Lakeriz. Lakeriz. Du kannst chinesische Medizin mit ihr machen. Du hast Lakeriz. Oh, das schmeckt halt einfach nicht. Das stimmt nicht. Es sind viele Herben, die in Bailu growen. Wo werden sie growen? Sie sind überall im Ort. Aber du musst wirklich nach sie suchen. Oh, wirklich? Es sollten spezielle Maps sein, die bei Uncle Tao'n Shop. Hat jemand tatsächlich Maps gemacht? Ja. Wenn du genug hast, um ein Medizin zu machen, Uncle Tao wird sie von dir kaufen. Okay. Ich muss das in der Augen. Oh Gott, die werde ich nie erkennen. Das kannst du aber wissen. Okay. Knips. Oder siehst du hier noch irgendeine? Komm mal, vielleicht ist das hier pflückable. Nee. Gott. Also wenn du irgendwo mal eine Pflanze siehst, die interessant aussieht, dann sag mal Bescheid. Dann versuche ich die wegzupflücken. Wo ist sie denn hin? Ach Gott, sie ist schon so weit. Schon so weit. Aber so jetzt auf die Schnelle sieht da nichts pflückbar aus. Ich möchte wissen, was die talle Tauern, gerade über die Village Square ist? Ah, ja. Das ist die Tauern. Was ist das? Wir ringen die Tauern, wenn es ein Feuer in den Mauten gibt. Oder wenn etwas gefährliches ist auf der Village. Ist das warum es so groß ist? Precisely. Es ist auch ein Wettbewerb, weil du es von irgendwoher in der Village sehen kannst. Das ist gut. Okay, jetzt sind wir wieder hier am Dorfplatz. Folgt sie jetzt mir? Nee. Na komm, rede ich nochmal mit ihr. Hallo? Hallo? Okay, die gammelt jetzt hier wahrscheinlich einfach rum und wartet, dass ich ihren Job mache. Ist dein Vater, nicht meiner? Er ist zu dick. Er ist irgendwie voll sympathisch. Ja. Immer noch. Oh, nichts. Du bist ein Beginner, oder? Du hast einen Namen? Diohazuki. Ja. Na. Es ist dein Tag herzellig. Wollt nicht. Denn ich bin der Great Suzha-Shyong. Ich kann einen älteren Meister aus den meisten Hoffnungen aus! Du bist vor einem Chun-Tai-Chi, Meister! Ja, ich bin gut, danke. Was? Du denkst nicht, dass ich was es braucht? Das ist nicht das, was ich... Dann lass ich euch zeigen, was ich habe! Fass mich jetzt! Oh Mann, ich bin nicht opposiert, aber... Es ist zu late jetzt, Ruh... Es war Ryo, oder? Okay, das ist ein Quick-Time-Event quasi. Ja, ich habe das nicht verstanden! Mann! Ich bin verfehlt! Bin ich mal langsam, oder? Gut, oder? Ich bin einfach verfehlt. Ah... Aber du hast ein bisschen Erfahrung bekommen. Aber soll ich denn XX Kreis-Kreis drücken, oder? Kreis-Kreis drücken, oder? Eigentlich verstanden. Ja, aber super! Brauch'n Abel Flusen! Ja, aber super! Brauch'n Abel Flusen! Ja, gerne, gerne! Eigentlich fühle ich das nochmal... Jeden Tag! Aber kann ich jeden Tag nur einmal, oder? Kann ich jetzt direkt nochmal mit ihm rumpimmeln? Ich brauche Hilfe mit etwas! Nein, nicht jetzt! Oh nein, ich brauche mir mit dir reden! Ja, mach das mal lieber! Bitte, ich brauche meine Formen! Bitte, Zhang Ping! Es ist wichtig! Oh, hi, Shenhua! Hey, Mister! Wer bist du? Das ist Riau. Das ist der Riau. Das ist der Riau-Kreis. Habt ihr die Thugs gesehen, die in die Stadt gekommen sind? Nuh-uhh. Wenn ihr nichts kennt, sag uns bitte. Oh, warte mal. Mei-Ling sagte, sie kamen zu ihrem Haus, als sie schlafen. Mei-Ling sagte das? Okay, lass mich sie fragen. Mei-Ling ist Wang Wen's Kind. Ich hab direkt einen Tipp bekommen. Okay, dann. Oh, danke. Gott, ich hätte direkt einen Tipp bekommen. Ich wollte aber mit ihm labern. Mhm. Hi there. Zi Xiang. What gives young lady? Have we met or something? It's me, Shenhua. Shenhua? Look at you! You grow like a weed since we last met. Oh, er hat auch voll die Rückenhaken. Have you seen the thugs that came here recently? Thugs, huh? I'll help you get rid of them. They don't call me the Lu Bu of Phi Lu Village for nothing. Zi Xiang. Did you say Lu Bu? Wasn't he a bit of a thug himself? Wait, what? You sure? Well, you might have noticed, but this ain't no frickin' school. Cool. Right. Bis dann. Haha. Es hat sich vorne auch noch anders angehört. Good timing, bud. I was just starting to get bored. Okay, mit Fiat kann ich einen Kampf initiieren und mit X ist dann halt das Gelaber. Ich muss kämpfen. Ich muss das, äh, verstehen. Ich muss das können. Ich kann mir unten auch immer einen Move auf die Quickleiste legen. damit ich sehen kann, wie ich den ausübe. Ah fuck, da war jetzt irgendwas anderes. Ah. Ah. Ja, diese Specialste da unten, die sonst was zu machen. Ja, aber die, die mach ich ja... Du hast recht? Ja. Weil das sind ja die gleichen Tasten gewesen. Oh. Oh. Du hast absolut fucking recht. Da muss erst Marie kommen und dir eine Kampfkunst erklären. Danke. Oh, perfekt. Hau ihn umgehend, Dickie. Oh, direkt einfach nur brennender Sandsturm leeren. Ach, Mensch. Aber er ist jetzt leider drei. Jetzt musst du Ellbogen-Konterangriff machen. Ja. Oh, den kenn ich sogar noch. Den Move. X-Dreieck-Dreieck. Ah. 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 Oh, der ist böse. Oh. Den möchte ich nicht in meinem Gesicht haben. Oh. Oh. Naja, okay. Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Kannst du gleich nochmal versuchen. Je höher deine LP, desto mehr hast du vom Training. Ah. Ah. Naja, das ist mir jetzt schon mal ein bisschen besser jetzt. Oh ja. Er hat richtig rumge. Huh? Mei Ling. Oh, hi Xinhua. Warst du heute eine gute Frau? Natürlich. Wer ist er, Xinhua? Das ist Liu. Er ist ein Freund von mir. Habt ihr die Töger gesehen, die in die Stadt gekommen sind? Oh. Mei Ling. Warst du da? Warst du da? Ich weiß nicht, wer es war. Aber jemand war hier letzte Nacht. Kannst du mir noch mehr erzählen? Ich hörte einen Manns voz. Er war wirklich laut. Ich habe Angst, also bin ich unter die Koffer. Am nächsten Morgen, ich fragte meine Mutter und Vater, was passiert. Aber sie sagten, dass ein Kind wie ich, das nicht muss. Hm. Okay. Vielleicht, wenn du zwei fragen möchtest, dann wird sie dir sagen. Vielen Dank, Mei Ling. Liu, lass uns mit Wang Wen sprechen. Okay. Hoffentlich ist das nicht die verkniffene Rolle. Von eben. Hat voll die Daryl Frisur. Ja. Das ist Anime Daryl. Zerregnet's jetzt wirklich. Aber er lässt sich doch gar nicht. Willst du versuchen, Pale Toss? Ah, jetzt? Danke. Zerregnet's. 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 Okay. Jetzt regnet's nicht mehr. Doch. Im Hintergrund regnet's. Erstmal, erstmal hier. Die Kraft und damit die Richtung. Du kannst dreimal einen Stein schmeißen. Und ich soll was in die Eimer daddeln. Boah, 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 boah. Den roten, dann gewinnst du eine Ananas. Ach so. Die Farbe ist... Ja, 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 ja. Dann will ich die Ananas oder was? Ach Gott, das ist gar nicht so einfach, du. Willst du denn eine Ananas? Wus ich nicht. Er ist halt schon ein ganz schön zittrig, der Typ. Du Pussy. Läuft! Steck mal mehr Muckis da rein. Oh, fast. Oh, scheiße. Das war knapp. Einsteigen. Oh Gott. Yes! Geil! Ja! I wanna go again. I wanna go again. Shit! Ja! Geil, wir haben einen Ananas. Oh, ist gar nicht so erwartet. Oh! Ach man. Ja. Ich brauch das alles. Oh. Das sah aber aus als... Ich hab keine guten Augen, hab ich nicht. Also die Richtung stimmt. Aber mehr Power. Im Tower. Ach komm, das war... Das war doch... Schiebung! Ja, hat er recht. Ich kann... Jetzt kann ich doch nicht einfach aufhören. So, das... Ja, hat er recht. Ach komm! Ist er im Roten gelandet? Nein, ne? Nee. Yeah! Weiß. Wir haben einen... Weiß ich nicht was gewonnen. Ein Pinnnippel! Der wird richtig hart. Oh, ich dachte... Der sah so gut aus. Der sah richtig gut aus. Eine schwarze Flasche. Guck mal, das Spiel weiß selber nicht, was das ist. Guck mal, Kohle, Kohle, Kohle. Ha! Oh! Oh! Ha! Oh! Oh, Mann! Try again. Du weißt, wie gut ich in sowas bin. Du siehst ja, wie gut ich in sowas bin. Ja, und du kannst das. Ja, nee. Das da ist, da fehlt mir ein Auge. Das ist Odin. Jens. Jens Junior. Okay. Rambo. Ramon. Reino. Yes! Nice. First try. Jetzt kannst du noch den Fußball versuchen. Oh, ja. Oh, der wird richtig scheiße. Ja, leicht ist anders. Das ist ein bisschen hier. Oh, ich hätte jetzt schwören können. Die Richtung war gut. Das ist perspektivisch. Digitaluhr, guck mal. Jetzt guckt er nicht mehr immer auf die Uhr, sondern hältst du die Digitaluhr nach oben. We're going again. Yes. We want you. Zeit vergeht voll langsam. Wahrscheinlich nur eins, deine zwei Tage rum. Ja, aber da konntest du auch nicht vorspulen, also ist das doch gut. Ein bisschen weiter zurück. Oh. Oh, das gibt's doch nicht. Der war jetzt doch vorbei, oder was? Ja. Das ist doch... Pfff. Alter, nee. Ich will diesen fucking Fußball. Ja! Mini-Fußball! Geiler Scheiß. Yes! Nee, ich hab alles. Du hast mir nichts mehr anzubieten. Hat mich ja nur 90 Don Juan-Dollar gekostet. Hallo, will you try Lucky Hit? Yes! Now then, pick a platform. Was sind denn die Belohnungen? Nur Geld, oder? Okay. Weil es gab in Shenmue 2 auch Lucky Hit Stationen, da konnte man dann Schriftrollen gewinnen. Sag mal, sind das die Preise? Da krieg ich ein Auto, da krieg ich Bananen und da krieg ich gruselige... Weiß ich nicht was? Könnte man denken. Ah, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich spiel mal einfach das erste Ding. Okay, guck mal. Wir verfolgen den jetzt. Ich glaube, wenn ich den... Ja, ich will noch höher gucken. Nein, 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 ja. Kann ich nicht mehr lenken? Ich will mehr sehen. Hab ich jetzt schon einen reingeworfen? Hm. Ah ja, okay. Irgendwas war mit der Ansicht verkackt. Ja, aber diesmal möchte ich bitte auch die Hand sehen, wie ich was reinwerfe. Ich hätte mal nach der Steuerung wieder schauen müssen. Wahrscheinlich wieder mit rechten und linken Analogstick irgendwie kombiniert. Ja, den, 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 den. Ja, das war der Fehler. Ah. Drück mal die Taste. Tafel Abwurf Ort wählen. Tafel ansehen. Okay. Und so kann ich die Tafel ansehen. Jetzt verstehe ich das. Also da will ich lang. Dann tüt, 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 tüt. Dann, dass der da langfällt. Das, das ist schwer, die Stelle. Okay, nee. Das geht nie so auf, wie ich mir das... Erhoffe. Der kommt hier rein. Oh nein, ganz woanders. Ganz anderes Eck. Wo würdest du den reintun? Oh, ich glaube, ich weiß wo. Ich packe ihn hier rein. Hier so. Alter, das verhält sich völlig unplanbar. Das verhält sich völlig... Oh Gott, leck mich. Das ist halt unlucky hit. Unlucky hit, ja. Oh, oh, was? Oh, links, 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 links. Nee! Es sollte nach links fallen. Es sollte nach links fallen. Nach links. Das andere links. Jetzt kommt er da nicht mehr rüber, weil er mein Mittelteil... Nee, komm jetzt. Jetzt. Kein Bock mehr. Kein fucking Hit mehr. Das ist so typisches Shemu-2-Feeling. Ich komme rein und werde beklaut. Nur, dass ich diesmal selber schuld bin. Die Türen sind auch alle kaputt, oder? Hallo? Hallo? Äh. Es sieht, wie keinem ist Hause. Er wäre ein sehr unglücklicher Paket, Bote. Ja. Bei jeder Tür steht er und macht so... Ich rede nochmal mit ihr. Vielleicht ist ja jetzt ein guter Zeitpunkt. Wie ihre Pfanne einfach verschwunden ist. Die ist einfach so weggeploppt. Die hat so ein bisschen Aggression in ihrer Stimme. Mein Name ist Ryo Hazuki. Ah, also du bist japanisch. Sorry, dear. Ich muss dich fragen, um zu verlassen. Ich bin nicht zu paratial, um dich zu strengen. Wow. Warte, Frau Johnson. Fremdenhass, Oma. Oh, Shenhua. Ich wusste nicht, dass du hier warst. Das ist Ryo. Er ist mein Freund. Oh. Warum hast du das gesagt? Hm. Jetzt. Was kann ich für dich tun? Dein wahres Ich gezeigt. Ich habe eine Frage. Hast du Wong Wien gesehen? Es gibt etwas, was ich ihr fragen würde. Oh, ich bin sicher, dass sie irgendwo hier irgendwo ein Sturm zu jemandem spricht. Ich sehe. Was ist das hier, die scheiß Küche gegenüber Fremdungen oder was? Pff. Du bist Japaner, ja, dann verpiss dich. Das ist voll gemein. Doofe Ommi. Die hat eh nicht mehr lange. Was soll sie tun? Nazi-Oma. Excuse me. Du bist nicht von hier, oder? Yirei Fang. Das ist ein Freund von mir. Ähm. Ist das richtig? Hi there. Ist Wong Wien around? There's something I'd like to ask Wong Wien. She's not around? I was just talking to her. Ja, wo denn? I see. She said something about going shopping, so maybe she already left for Target. Got it. Thanks. Vielleicht ist das das Target? Hier ist ja auch nochmal ein bisschen was zu tun. Sieht jedenfalls einkaufsmäßig aus. Hey, Bud. Bud. Over here. You can't play unless you buy some Tokens. Okay. Buy some Tokens if you want to play. Boah, wer zupft denn seine Augenbrauen? Das ist ja furchtbar. Hi there. Buy some Tokens if you want to play. Oh Gott, ich werde so pleite. With 10, you're on for 100 Tokens. Oh, ich dachte gerade andersrum. Ich dachte gerade andersrum. Oh Gott. Ich habe dein ganzes Geld ausgegeben. Kannst du ja wieder zurücktauschen. Ich habe mein ganzes Geld. Aber das ist jetzt das letzte Spiel. Jetzt sparen wir unser Geld. Zack, alles weg. Ich kann... Du kannst mich nicht in so eine Spielhölle schicken. Das ist... Nein. Aber ich kann hier echt kein, äh... Safe-Sheeting machen, ne? Der schon ist abgefahren. Oh, warte. Doch, vielleicht doch. Aber das hätte ich, äh... Wenn, dann eh vorher probieren müssen. Also Lucky Hit wird nicht gespielt. Aber das wird auch nicht die Olle sein, die ich suche, oder? Nee, die hieß auch andersrum. Hallo da. Hallo da. Geh für ein bisschen Lucky Hit. Das ist Circle 1. Nein, geh weg. Geh weg. Nein, danke. Ich würde lieber spielen, als reden. Circle 1 ist so viel Spaß. Das reimt sich. Deswegen muss das wahr sein. Du wirst nicht spielen? Ich bin hart gebrochen. Oh Gott. Ich bin voll unter Druck gesetzt von ihr jetzt. Schildkröten rein! Oh ja. Das ist der einzige Weg, um Ritch Quick in Bailu zu bekommen. Hey. Hey, Bro. Kommt zu spielen? Ja. Ich empfehle Bailu Village's eigene Turtel-Racing. Ja. Mach das richtige Bete und quadruple deine Ereignisse. Quadruple? Jetzt wird hier richtig abquadruple. Boah. Ja, das ist, äh... Ja, los! Hey, hier zu spielen? Ich empfehle Bailu Village's own Turtel-Racing. Ja, ja. Spielen. Wie viel habe ich denn? Alles. Wie viel habe ich denn? Tu das nicht. Mehr, mehr, mehr. Doch, 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 doch. Ich... I trust in my skills. Tausend. Tausend Marken. Die beste. Michelangelo, nehm ich. Nicht Cleo Nardo. Okay. Ja, was meinst du? Guck mal, die ist so... Mö, mö. Die ist... Mö, mö, mö. Und die macht... Mö, mö, mö. Die ist aber... Hü, hü, hü. Aber eigentlich machen die alle nur... Ich... Ich weiß nicht, was meinst du? Ich glaube, eins oder drei. Sonst nimm doch blau, weil du blau machst. Zack, 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 zack. Die ist langsamer, die ist schneller. Zack, zack, zack. Das ist die... Die, die hier, die hat aber... Komm schon. Das ist ne Speed-Kröte. Oh Gott, oh Gott, ich bin so... Heißt, das ist der Kreis drücken? Oh, heißt, das ist so... Ja! Oh mein Gott! All die Jahre International Track and Field Spielen zahlt sich jetzt aus! Du! Mario und Sonic bei den Olympischen Sommerspielen auf der Wii! Oh, ich brauche einen Turbo-Controller. Oh, das Arm drücken bei Monster Hunter. Das geht viel zu lang! Ich kann nicht mehr! Mein Elbruch! Oh Gott, ich glaub er stirbt gleich. Komm, 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 komm! Raphael! Ich glaub die Nachbarn denken, du hast keinen Sex oder so. Hast du das gesehen? Ich hab das quadrupelt. Ich hab meinen Markeneinsatz quadrupelt. Nee, nicht spielen. Das muss jetzt reichen. Oh, mein Arm fällt ab. Oh, quadrupelt. So. Ähm. Richtig weg quadrupelt hast du das. Ja, das fandst du nicht. Das war schon ein bisschen sexuell. Ja. Ich weiß nicht, was die Nachbarn jetzt von uns denken. Oh, ich fühl mich so richtig weggeschnibbelt. Oh, guck mal, ich kann ein Speicherdaten-Cheating machen. Du bist ein schlechter Mensch. Ja, Shenmue, ne? Hast du nicht durchdacht. Hast du einfach ausgedrickst. Hast du nicht durchdacht. So, was geht denn hier noch ab? Was ist das? Was ist das? Oh, es wird wieder Würfelraten. Da ist ja gar keiner. Gegen Geist brauch ich das auch nicht spielen. Wahrscheinlich labern die da gerade. Na. Auch Würfel, ne, was ist das? Auch Würfelschizzle? Hi there. Hi there. Hallo there. Would you like to play some dice? Oh, da war ich immer richtig scheiße. Roll a bigger number than me and you win. I see. Win and you double up. Wager it all and win big. Okay. Er hat gesagt, setze alles und... Was meinst du? Sei vorsichtig. Ja, das kommt. I want it all. Ja komm, was ist das denn? Das sind nur 6, du noob, du nappel. Ich baller dir zu zwölf hin. Ja, ich weiß wie das ausgeht. Ja, schüttel, 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 schüttel. Richtig gut schüttel. Was ist das hier mit Help? Die werden mir anzeigen, wie ich... Oh, mit X muss ich werfen. Und? Ha. 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 Ja, 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 ja. Wuhuhuhuui! Ja, das ist mehr als 6, ne? Congratulations. Congratulations! Jaaa, Money! Der verarscht dich nur... Der holt dann noch seine geilen Würfel raus. Ja, ja, aber ich verarsche dich, weil jetzt bin ich durch. Das ist blöd, ne? Ist jetzt ein bisschen peinlich. Hast du ein bisschen Geld verloren? Ja, 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 ja. So. Wie viel kann ich denn... Wollen wir nochmal eine Schildkirche losschicken? Wenn du das deinem Arm zutraust. Willst du? Oh, nee, ich bin da viel zu langsam. Dann verlieren wir. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich eben gerade schon meine Max-Bat angesetzt habe. Oh, falsch. Falscher Knopf. Muss in mein Viereck. Nooo. Da jetzt. Spielen. Wie viel ist der Fisch? Maximum sind 1500 tatsächlich. Mehr kann ich gar nicht setzen. Ich würde halt gern alles setzen, was möglich ist. Piep, piep. Ach, guck mal, der ist auch ein bisschen on fire heute, ne? Ah, der wirkt hier wie ein richtig schneller Flinker. Der ist der Schnellste heute. Ich sag dir das. Ich sag dir das. Gelb, alles auf. Gelb. Los, Donatello. Los, Donatello. Also, ihr müsstet das mal sehen. Ja, Nico sieht teilweise aus, wie er sich anhört. Oh, ich kriege keine Luft. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Bist du gerade gekommen? Oh, Gott. Ist mein Arm schon größer? Ja. Oh. Ich sollte Tennis spielen. Oh, Gott. Oh, Gott. Deine jahrelange FAB-Erfahrung zahlt sich aus. Nächstes Mal drücke ich mit dem anderen Arm, dann kann ich zwei Tennis Schläger halten. Oh, das war ja gut. Kannst du mal gucken. Oh, das war ja gut. Target Store. Es ist hier. Kannst du es sehen? Oh, mein Gott. Da sind Maps. Eine freie Herb-Map. Die ist kostenfrei. Wie greife ich die da? Entschuldigung. Hä? Was ist das? Hallo, Wan. Senhua. Das ist mein Freund, Liyong. Oh, wirklich? Dein Freund? Ich suche einige Thugs. Hast du gesehen? Eine. Haben die Thugs hier herausgebracht? Das haben sie. Aber mein Mann sie weggebracht hat. Er ist wirklich gut, wenn sie bei diesen Zeiten wie diese. Was wollen sie? Das ist das, was ich möchte wissen. Sie immer sagen, etwas über die Stonemason zu treffen. Ich war in der Mitte und habe nichts gesehen. Mein Mann me sagte über das, nachdem es ging. Ich verstehe. Lass uns mit Shiren, Wuns husband sprechen. Gute Idee. Danke wieder. Danke, Wan. Oh, eine kleine Pause für meine Arme. Ich glaube, die nehme ich mir mit. Ist ja kostenfrei, ne? Ja. Dann müssen wir, wo wir Blümchen pflücken gehen können. Ja, muss ich mal auf Blumensuche nachher gehen. Das ist auch nochmal eine andere. Das finde ich auch cool. Boah, ich bin richtig aus der Puste, ne? Das war alles. Ich sag dir das. Das war aber anstrengend. Okay. Na, jetzt war sie auf einmal nett. Sie alle voll unfreundlich zu dir sind, weil sie dich nicht kennen. Ja. Die mögen keine Fremden. Hihi. Sind das Brüste? Darf ich das überhaupt? Oh Gott. Kann doch jeder hier einfach Messer rausnehmen und den Edward mit den Schmesserhänden machen. Schmesserhänden? Schmesserhänden. Guck mal, Brüste. Wo, wo, wo denn? Da. Schön. Ah, Antroschkas. Oh, sind das, sind das Trainingsbücher? Was ist das? Das sieht ja fast so aus. Ah, ich würde das gern kaufen jetzt. Ich rede mal mit ihm. Das ist jetzt der Mann, ne? Ich habe gehört über dich. Du bist dein Freund, nicht? Der Name ist Hazuki. Oh, oh. Du siehst stark. Ähm. Ein junger Mann wie du braucht eine Schneekpower. Es ist eine Bottele von Schneekpower. Warum das? Ein junger Schneekbenhem, verwendet für drei Monate. Es ist nur eine der Medizin, die dir in der Krieg helfen wird. Es wird dich gut fixieren. Ich sehe. Ich denke. Ich werde es hier in meinem Shop, falls du es vergessen hast. Entschuldigung. Was ist das? Entschuldigung. Arbeit ist auch interessant. Ein bisschen Geld verdienen. Aber erst mal kaufen. Mit Marken. Was ist das? Ah ja, guck mal, es gibt jetzt hier richtig, äh, eine Übersicht. Also unten stehen noch meine Marken, als wäre es eine Währung. Hm. Aber... Aber du kannst sogar so ein tolles Polo-Shirt kaufen. Oh ja. Ach nee, das ist ein Shirt. Aber das kann ich alles nur mit Geld kaufen. Hm. Oh, Spiralkick. Man kann hier Moves kaufen. Man kann hier Moves kaufen. Okay, ich benötige Geld. Es ist an der Zeit, ich benötige Geld. Was? Du brauchst nichts? Doch. Später. Aber mal schauen, was, was, was kann ich denn verkaufen bei ihm? Entschuldigung. Was ist das? Oh, was gibt's für Arbeit? Oh ja. Ja. Willst du es machen? Ich will. Die Schwarzarbeit. Ist nicht okay. Ey, in so einem Dorf brauchst du echt nichts versteuern. Echt einfach im richtigen Moment drücken, oder was? Triff genau mit, ich verdiene mehr Juan. Oh, shit. Oh, das ist schwer. Nur echt mit Actionmusik. Hier neben dir steht und dir zuguckt. Ich glaube, dafür bezahlt er wirklich. Upsi. Jetzt die Eckschmucke weg, weil ich scheiße war. Da unten sind so Holzblöcke. Das ist ja voll süß, die Anzeige. Das ist ja. Oh. Das ist ja. Mhm. Upsi. Yes. Ich weiß immer noch nicht, ob man denn eher warten soll, um es ordentlich zu machen oder eher schnell hacken soll. Oh, ich kriege auch direkt 38 Geldeinheiten. Boah, ich hab Geld verdient. Das ist nice. Was macht's nochmal? Willst du? Einfach im richtigen Moment X drücken. Okay. Wir schauen mal. Orientier dich an seiner Nase. So. Wir sehen nun ein wildes Marie beim Holzhacken. Oh. Das ist gar nicht so einfach. Das darf man nicht unterschätzen, oder? Auf jeden Fall ist es nicht einfach. Kommt die geile Mucke wieder. That's it. That's it. Yes. Mhm. Yes. Mhm. Good. Good. That's it. Yes. Perfect. Mhm. Perfect. Ah, scheiße. 69, aha. Aha, aha. Du hast auf jeden Fall mehr geschafft. Ja, aber nicht viel mehr. Also, es war schon baugleich. Du hattest halt einen schlechten Start. Ne, da hast du ein paar Mal verfehlt. Ja, super, das macht Spaß. Ja, nicht nochmal. Es ist so schön hier. Er läuft so lustig, so steif. Ich finde die Farbenspiele hier halt echt gut. Ja! Das Thumbnail wird Wirklichkeit. Okay, was ist die Aufgabe? Geh tiefer in die Knie durch. Drücken dieser Taste. Je mehr Kung-Fu du übst, desto höher steigen deine maximalen LP. Oh, ich muss halt richtig geil ein Kung-Fu werden. Richtig Bock, ein Kung-Fu-Master zu werden. Du schaffst das. Was sieht das anstrengend aus? Also, das Ding ist, er geht automatisch immer ein Stück hoch und wenn ich X drücke, geht er wieder runter. Und man muss halt aufpassen, wie oft und wie schnell man X drückt. Das Ding ist, er geht weiter. nice willst du es auch mal probieren ja also durch drücken von x geht ein stück runter und einfach in der linie bleiben natürlich steht da am anfang muss ein paar mal öfter drücken dass du in die position kommst aber oberschenkelmuskeln so wir sehen hier ein rio hasuki beim training gesteuert von marie hasuki aber das ding ist halt es gibt so bestimmte videospiele die beim zugucken vielleicht nicht so ultra haut drauf und spannend sind wie death stranding zum beispiel weiß ich nicht wie das beim zugucken ist aber spielerisch super toll ich würde niemals jemanden beim oblivion spielen zu gucken aber ich weiß nicht wie das ist jemand beim pferdestand zuzuschauen aber die scheiße bockt ich sag euch das sowie holz hacken oder oder schildkröten rennen oder kapseln ziehen ja auch so kapseln ziehen weißt du das ist als würde jemand beim glücksspiel existenz scheitern zuschauen aber es bockt und das ist halt so ein spiel man das ist wirklich immersiv also man findet sich in dieser welt wieder das ist echt toll es macht wirklich spaß also ich glaube einmal muss noch weil dann ist die leiste voll oder ich finde es auch voll toll muss noch sagen die ersten beiden teile dazu zu gucken hat schon nicht spaß gemacht weinst du weil es so schön ist ok ach scheiße jetzt bin ich ich kann nicht mehr trainieren das ist schon um neun klein rio muss ins bett trainieren wir im bett weiter horse dance wenn ich eher schildkröten rennen hey shinhua who is wong shiren you've met him he started guarding the verdant bridge not too long ago oh now i remember he's one of the gatekeepers yes the other man is liu zha tong which one is which you know i think it'll be easier to explain what's for there got it i'll wait then are you coming with me again tomorrow i will we should keep asking around damit sie wieder daneben stehen kann während er alles macht da andere schuhe ach so ja ich habe ja generell ein anderes outfit hey shinhua was ist es rio es wird wirklich kalt in der nacht nicht bring and a bit of luck wins the sunset you shouldn't go up after dark good point there aren't any streetlights out here either everyone turns an early till wellast her set from sunset hell it's always busy out there really what's thequirgon out there the bars that open up the night there are bars in the village sure are that's where all the adults go to drink in Ja. Vielleicht kriegt er dann wieder ne Milch. Da hab ich auch grad dran gedacht. Mittlerweile darf er doch trinken. Ja? Tell me about where you were born. You want to know about your Koska? If that's where you were born, then yes. Yeah, I was born there. What's it like? Hey, ich erzähle von den Freunden. Die Leute, die du mir gesagt hast, waren hier, oder? Ja, genau. Mal sehen, es war Goro, der Punk. Genau. Tom, der Hotdog-Wendor? Genau wieder. Du hast eine gute Erinnerung. In Kawasaki, die Fotoladie. Hey, Ryo! Oh, genau. Ich zeigte dir ihre Fotos. Ja, sie ist schön. Ja, sie ist. Ja, du könntest das sagen. Hey, Xinhua. Was ist es, Ryo? Was ist dein Vater? Er ist eher strikt, ich denke. Du denkst? Ja, aber ich kann sagen, dass es alles ist, weil er mich so sehr liebt. Das glaubst du. Mein Vater war das gleiche. Er ist auch mein Lehrer. Ich habe ein großer Teil von ihm gelernt. Dein Lehrer? Wie so? Er hat mich alles über die Räume, die Tiere und den Lijiang-River taught. Er hat mich alles, was ich wusste, um in Guilin zu leben. Wow. Er klingt wie ein guter Vater. Es gab noch eine Sache, die ich ihm taught. Oh, ja? Was ist das? Wie zu kuchen. Ich bin viel besser. Oh, ich verstehe. Du stehst ja auch ständig in der Küche. Ich kann nicht darüber reden. Alles, was du gemacht hast, war lecker. Was hast du gesagt? Ich hatte das Kuchen, als ich war total. Aber ich habe ihn für ihn genommen genommen. Oh, ja? Ich habe nur ein süßes Gesicht auf seinem Gesicht und gesagt, ich wünsche, dass ich halb so gut wie du kuchen kannst. Sag, Ryo. Ja? Was war dein Vater? Er war... ... ... ... ... Dein Vater hat dir Martial-Arts gelernt. Er hat mich nicht einfach nicht einfach nicht gemacht. Ich habe nie einen Freude bekommen, egal wie viele Mal er mich unterbrochen hat. Das klingt hart. Ich danke ihm für das jetzt. Ich würde nicht, wo ich bin, ohne sein Training. Ich glaube es. Er hat es gut gemacht, um mich aufzubauen. Ich glaube, er hat einen tollen Job gemacht. Okay, Ratzen. Da ist mein Bett. Wenn ich es schaffe. Das mache ich jetzt auch immer so. Ich lasse alles an und schmeiße einfach meine Jacke irgendwo. Ich habe schon sehr viel Zeit verschwendet, aber ich genieße das auch so ein bisschen. Haben wir ja keinen Zeitdruck. Aber wurden von Shiren vertrieben. Ja. Was geht hier? Nichts. Okay. Also mit Shiren muss ich reden. Schnell flüchten, solange sie mich nicht sieht. Ah, ist das cool. Zum Dorfplatz. Fragen. Entschuldigung. Oh, was haben wir hier? Es sieht aus, dass es ein junger Mann ist. Oh, ist das Kind. Oh, was noch? Oh, was die? Es ist immer etwas interessantes. Das ist, was ich eigentlich Ihr Haus aus dem Leozon-Bericks. Huh? Erst ein Fisch. Dann ist es ein Brich. Das ist, was nächstes Jahr wird noch aufstehen. Hey. Haben Sie jetzt erst gesehen? Durch die Augen kann man auch nicht viel sehen. Der ist bestimmt 5000 Jahre alt. Wow. Wow. Richtige Troll-Antwort. Danke für das. Wie fühlt es sich? Schön, mit einem Mathematik zu trainieren, nicht wahr? Äh, sicher. Er ist so respektlos. Ryo ist so respektlos. Irgendwann muss ich bestimmt irgendwen von da anrufen, aber ich sehe auch kein Telefon da, ehrlich gesagt. Das ist einfach nur eine Superman-Unkleide. Und Kräuter sammeln müssen wir auch nochmal. Da, guck mal. Was ist denn das? Das ist das, das mir jetzt gerade so spontan eingefallen ist und genau da ist Ingwer. Ingwer. Das Ding ist, man kann das halt zum Glück ganz gut sehen, weil dann dieses rote Fummel-Symbol kommt. Ja, es heißt Fummel-Symbol. Oh, nichts gefunden. Ah, guck mal, hier kann ich ja was anderes trainieren. One-Inch-Punch. One-Inch-Punch-Man. One-Punch-Inch-Man. Ja, das kommt. Inch-Punch-One-Man. Maybe I'll give it a shot. Ja. Wie geht das denn? Mit X schlagen. Passe dem Moment ab, an dem sich die blauen Linien treffen. Okay. Hier so ein Timing-Spiel. Timing? Was? Aha. Das ist aber schwer. Mal das Timing zwischendurch verändern. Ja, shit. Willst du das auch mal machen? Ja. Das ist lustig. Ich werde richtig verkackt. Ich bin richtig scheiße im Timing. Einfach X, oder? Ja, X, wenn die Blauen sich treffen. Du musst das ein bisschen antizipieren, wenn die jetzt sich zusammen rütteln. Ja, genau. Okay. Okay, ja, jetzt fühle ich mich besser. Oh, jetzt war ich zu schnell. Ich hatte am Anfang irgendwie richtig Angst, ne? Du so, ich kann das überhaupt. Hervorragend, 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 hervorragend. Okay, ist klar, dachte ich. War doch okay. Ja, hast du gut gemacht. Vielleicht später. Ja, kein Sarkasmus. Ja, kein Sarkasmus. Ich habe Mamos gut gemacht. Sparring. Zugewiesene Fähigkeiten werden als Quicktime-Event aktiviert. Benutze das QTE, um dir Kommandos einzuprägen. Mhm. Okay, das heißt, da wird immer die zugewiesene Fähigkeit auch nur passieren. Dementsprechend muss ich nicht gucken, was ich da jetzt zuletzt gemacht habe. Was hab ich jetzt gewählt? Kämpfen oder Sparring? Oh, weiß ich gar nicht. Das ist schon wieder ein roter Tiger. Ah, da pelze ich doch. Den Sack. Was war das denn? Das ist lustig. Ja, das war schon scheiße, ne? Bist du gemein? Das ist lustig. Ja, das war schon scheiße, oder? Ja, gib mir den Nächsten. Ähm, ja, ja, warum nicht? Ja. Hm, hast dich vorhin schon geirrt. Schwarzer Tiger, zweiter Dorn. Zweiter Dorn. Krillin. Ja, den hau ich sechs Punkte auf die Stirn. Und die Nase weg. Fuck, ich hatte aber auch sehr wenig Ausgangs-LP. Ja? Hättest du mal ein Hähnchen noch zuschieben müssen. Nein, das war kein Pech. Das war unfair. Ich hatte keine volle Hälfte. Hättest du mal noch ein Hähnchen gegessen? Für Glück. Gib dir gleich auf, ey. So, warte. Warte, warte, warte. Ne, das lasse ich nicht auf mir sitzen hier. Essen. Hähnchen. Ich ballere mir das Hähnchen, der verdammt ist. So. Mit vollem LP werde ich den so vergenussferkeln. Ja. Komm her, ich will mit dir reden, Mönch. Mönch! Hwang-Hu! Entschuldigung. Ja, 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 ja. Entschuldigung. Kämpf mich, ich will nicht sparen, ich will den zerlegen. Ich prügel dir eine Frisur auf den Kopf. Und ein Bart noch dazu. Mhm. Dann nehme ich die Augenbrauen ab und klemme die an die Oberlippe. Okay. What's with this guy? Skylay. Come here. Bam! Oh, der Pitch ist ja. nicht gedacht ne ich hab den den horse dance trainiert und den one inchi banschi so ja das war's das war es hier ist nichts mehr zu holen für mich ich fühle mich total nicht allein das habe ich doch versucht und hätte ich vielleicht an der brücke einfach mal mit einem reden sollen und er sagt mir dann dass der woanders ist mag einfach gar keiner kann so wo ist der typ technobiet hier einfügen weiter weg aber jetzt erstmal hier die pure pflanzengönnung lakritz das ist kein lakritz doch nein das ist lakritz ach guck mal den haben wir doch doch den hatte ich auch schon mal ja also wenn man wenn man schon mal ein paar pflanzen gefunden hat dann sieht man die auch besser die sind neu die sind hübsch ein rüschen fürs dürchen eine pfingstrose und der manch die alle in die gleiche tasche das ist noch eine am baum rechts war was ne gerade so beiläufig gesehen ach stimmt ja boah ja das ist was neues ja das aber auch noch nicht chinesische zint fancy pflanzen also am anfang hätte ich gedacht ich finde gar keine blumen das habe ich irgendwie alles nicht erkannt aber doch wenn man das erstmal so begonnen hat dann geht das läuft sag mir bescheid wenn du das siehst jetzt deine blumengläser auf hast du gehört wie der vogel gerade genau zum takt gepfiffen hat ja so da müssen wir lang oh da kann man gerade alle pflücken bisschen raps ist er ja schon ne ist denn für rote kühe woher wollen woher wollen ist es etwas was ich möchte fragen ich schaue ein paar tüge hast du einen gesehen hast du zwei von ihnen die letzte Nacht gesehen ja ein großer Mann mit langen Haaren und ein Mann mit einem schafften Haar und ein Spiegel-Tattoo erzähl mir mehr sie barge in während der Mitte der Nacht als ich schlafen sie kregen sie kregen das und das über eine Stonemason ich sag ihnen sie hatte die falsche Haus und sie sie weg dann bin ich zurück dann bin ich zurück ist jemand anderes wissen Sie wo sie nach dem das ich nicht aber ich weiß dass es andere witnesses ein Mann mit dem war über das war das war er war ein 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 ich glaube der Weg führt uns in die Bar wo war wo war denn die Bar da waren wir noch gar nicht da waren wir noch gar nicht bestimmt im Pandamarkt also wieder zurück weil ich glaube nicht dass wir jetzt den ganzen Weg da folgen sollen was haben wir da für schönes Wetter das kennen wir gar nicht das ist total geil in Hamburg gibt es sowas nicht am zu ним nach dem att dem nach dem der habe ich Ich habe es geschafft. Ich will dich später sehen. bleibt bei ihm natürlich auch völlig aus. Erzähl mal, ist hier ein Narbenboy vorbeigekommen? Jetzt frage ich dich. Ist das auch super? Oh, der Letzte, den ich anspreche. Da. Ey, ist mir aber erst mal gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Huh? Du sagst etwas? Es gibt etwas, was ich möchte fragen. So, was? Du bist nicht hier, um zu spielen? Ah, verdammt. Ich hätte etwas essen sollen. Ja. Ah, das darf ich direkt jetzt machen vom Kampf, denn es ist gut. Ananas. Ananas, die ich hier bei ihm gewonnen habe. So. Und vielleicht nochmal ein Knoblauch. Geil. Zieh mir den auch immer so rein. Geil. Ja, es gibt Energie. Was ist denn der Ratschlag? Ist immer der gleiche Tipp? Ja, ist immer der gleiche Tipp. Ja, 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 ich brauche keinen Ratschlag. Ich verpelze den einfach. Let's do this. Hahaha, ist so geil. Glutenkick. Oh, fuck! So close! Oh, shit! Yeah, Kung Fu's a little lacking. Go train at Marshall Hall and we'll start over. Right, Marshall Hall. Pardon me. Hey there! I'm looking for someone who's seen those thugs. Beat me and I'll tell you. So. Mir hat einfach ein Huhn gefehlt für diesen Kampf. Mit einfachem Huhn gefehlt. Das war's. Jetzt verprügel ich ihn. Chicken Kick. Oh, that's the same thing. Oh, yeah! Oh, yeah! What was that? Shit! Oh, yeah! What's that? Shit! Shit! Oh! Shit! Uh! Oh! 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 Woah! Oh, das ist heavy! Das ist der Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich, ich hab das sehr hoche eingestellt. du bist nicht gut genug okay Leute, Eye of the Tiger einspielen es wird trainiert ich bin nur ein Mann und will zu leben so vielemal, und es passiert schnell du trittest deinen Passion für Glück nicht losz'er Grip und den Träumen von der Prächt you must fight, just to keep them alive es ist die Eye of the Tiger es ist die Frill der Kampf so wir haben trainiert ravanger du merkst richtig jetzt ist das stufe 10 guck mal okay jetzt gibt es nicht getroffen aber ich jetzt gewonnen weil wir beide ja okay aber das war das was wir da schon gedacht haben dass er halt trinkt so ja dann würde ich sagen für eine folge genug inhalt oder dann suchen wir beim nächsten part den buchmacher von blume vogel wind und mond ich hoffe euch gefällt das format so weit wenn ihr euch das ein bisschen anders wünscht dann schreibt das gerne rein und ich werde sehr viel kung fu trainieren und sehr viel essen in diesem spiel anscheinend und blümchen pflücken wie im echten leben und schreibt auch rein wie ihr das so findet wie euch das gefällt dieses spiel ich weiß nicht ich finde es bisher wenn ich eigentlich alles toll ich finde die musik schön die leute interessant ich finde die neuen features irgendwie cool es ist hat sich deutlich verbessert steuerungstechnisch das kampfsystem ist komplett überarbeitet ich finde das kann man nicht vergleichen was man da besser findet muss man halt für sich persönlich entscheiden aber das upgrade system der moves finde ich halt deutlich deutlich besser ja also schreibt es einfach rein da können wir mal darüber reden und ich habe ein paar kräuter sets aber eine blume fiel das ding da wird also was ist das in der mitte das fehlt mir eine dreiblättrige orange ist das die fehlt mir guck mal ach hier gibt es noch richtige richtige ultra 450 wenn ich hier nochmal den ganzen anderen quatsch finde man mann 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 was kannst du jetzt hier für 600 hätte ich das verkaufen können wenn ich gabelstapler rio gefunden hätte aber der kommt ja nie der kommt ja nie